Hm, Kathedrale Kessel des Lebens, Kellergeschoss. Äh, okay, Kessel des Lebens, ihr wisst Bescheid. Wir sollten weichern. Und du, beziehungsweise das Spiel ist lauter, obwohl ich dich nicht lauter gemacht habe. Also alles gut. Sehr gut, okay, Lautstärke passt jetzt offensichtlich. Na gut. Wunderbar. So, okay. Äh, ja, Kessel des Lebens, das klingt... ...spannend. Äh. Wenn du Daniels Arm hineinwirfst und die Macht des Feuers beschwörst, möchtest du Daniels Arm hineinwerfen? Äh, weiß ich nicht. Ja, nein. Nein. Eigentlich nicht. Ja. Aber Angst. Sind Sie sicher? Hm. Fangen wir an. Sankt Daniels Gotius, beschütze uns vor diesen bösen Geistern und gib uns innere Stärke. Kreatur, die du aus Staub geschaffen bist. Gehe nun und kehre zurück zu deinem Schöpfer. Burn, motherfucker, burn? Oder wie? Okay. Das riecht nach Bosskampf. Nein? Die Kathedrale ist in Flammen getaucht. Du kannst nicht hinein. Äh, okay. Aber ich kann diese Treppe emporsteigen. Ich möchte eigentlich gar nicht da hoch. Das Ding brennt. Jetzt. Oh. Oh Gott. Äh, 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 äh. Hä? Warte. Äh, äh, äh. Bosskampf. Hä? Ein Tentaklon greift an. Oh, oh, oh. Drei Tentaklonsen. Okay. Aber es ist ein Bossgegner. Schon allein an der Musik hörbar. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass die viele HP haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hm. Na gut. Greifen wir mal den ersten Tentaklon weiter an. Oh. Nein. Schade. Hätte ja sein können. So, daneben. Oh, die Erdpicke ist unbrauchbar. Deswegen hat das wahrscheinlich kein Damage gemacht. Okay. Okay. 197 Damage. Das ist noch im Rahmen. Sieht aus wie so eine Schachfigur, die sich bewegt. So. Oh, 520 Damage ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Mhm, mhm, mhm. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass gegen die Dinger Feuer ganz gut hilft. Weiß nicht, wie ihr das seht. Fällt mir aber gerade so ein. Oh, 24 Stämmen. Nödlich. Oh, süß. So, jetzt bin ich wieder dran, ja? Hallo? Jetzt reicht's aber. 675 Damage bist du nicht ganz knusper, du Scheißding. Ich hoffe nicht, dass jetzt alle meine Leute gelohnt sind. Die wieder doppelt und dreifach angreifen dürfen. Mist, Dinger. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, weil ich nicht zuerst Schaden gemacht hab. Ich nehm jetzt einfach mal den und kurkel ihn mal an. Mal gucken, wie viel das bringt. Ich weiß es nicht. Können mir vorstellen, dass es was bringt, aber keine Ahnung wie viel. Oh, nix. Es bringt gar nix. Ah ja, gut. Ich versuch was wert. So, okay. Es vergiftet. Okay. So, gut. Einmal heilen, bitte. So, äh, bewegen. Bewegen wir mal hier zur Seite. Dann bin ich nicht direkt vor ihm dran. Ja, die anderen dürften vielleicht auch nochmal drankommen, ja? Okay. Geht ein bisschen weiter weg, deswegen macht er wahrscheinlich nicht so viel Damage. Hier ist ja auch bewegen, die Dinger, ey. So völlig random. Irgendwie sieht seltsam aus. Achso, halt. Ich brauch jetzt ne Waffe. Äh. Äh, was nehm ich denn da jetzt am besten? Vielleicht der Armbrust? Ne, ich nehm mal die Luftglaive. Aber da kann ich jetzt nicht angreifen damit. Den nehm ich zu nah dran. Ein Schritt nach hinten. Bop. Daneben. Kackvieh. Hehehe. So. Na. Hä? Der hat abgewartet? Der rechte Tentakel hat abgewartet? Okay, das ist ja mal was ganz Neues. Hm. So, angreifen. Mal gucken. Yes. 1186 Damage. Das ist doch schon mal gut. Wer weiß, wie viel die haben an HP, ey. Könnten ziemlich viel haben. Schätze ich mal. Hm. Ich hoffe mal, dass da nicht noch mehrere von den Dinger dann als Kampf kommen, weil ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt schon ein Bosskampf. Der jetzt natürlich nicht so spektakulär ist. Hm. Also, noch nicht. Wenn man die Klappe nicht so weit aufweisen. Äh. Aber da waren schon andere Kämpfe spektakulärer. Hm. So. Geht's jetzt mal kaputt? Können wir noch nicht. Na gut. Er hat wieder geskippt. Okay. Der macht halt einfach keinen Damage, ne? Aber schön, dass du mir hinterher hutschst. So, jetzt macht er Magieangriffe. Okay. Okay. War auch noch HP. Geht noch. Na? Ey. Reichheit. Nein. Verdammt. Ich hab' den falschen gezielt. Ah, ich wollte ihn rechts treffen. Okay. Einer down. Jo. Einer down. Wunderbar. Ich denke mal, das war der, den wir ganz am Anfang hatten. So. Kann ich angreifen? Nee, oder? Nee. Okay. Tritt nach hinten. Dann angreifen. Und dann mal schauen. So. Okay. Baps. Na, leider noch nicht down. Oh, der müsste jetzt tot gehen, oder? Immer noch nicht. Okay, die haben... Edwards Schwertlevel hat sich erhöht. Sehr schön. Die haben ganz schön viel HP, die Dinger, ey. Schaut es ab. Ey. Du Lump. Frechheit. 74 Damage. Hm. Ach, gut. Dann schiebst du dich halt eben vor. Von mir aus. Ah, ich muss nachladen. Mist. So. Okay, warten. Ah, ey. Das ist immer so ein bisschen kacke. Und das ist dieses Nachladen halt, ne? Das nimmt einen schon ein bisschen was. An Chancen. Wenn der Gegner töten könnte. Ich schieße mal auf den hinteren. Vielleicht ist er so ein Tod. Der andere hat es direkt vor dem geschrieben. Ich zog davon aus. Ja, sag ich doch. Also down. Wunderbar. Ich bin schon echt davon ausgegangen, dass der dann platt ist. So. Komm. Und den machen wir jetzt auch platt. Oh, zweimal getroffen. Wunderschön. Aber leider noch nicht tot. Ah. Ich muss mich, glaube ich, hier hinstellen, ne? Mit dem Ding. Nein, verdammt. Ah, ich hatte noch eins weiter gekonnt. Okay. Das verzieht sich. Hat er auch nicht mehr viel. Wenn der nach hinten geht, dann hat er dann nicht mehr viel. Komm schon, Kudelka. Mach ihn platt. Yes. Dann geht er down. Wunderbar. Ja gut, wie gesagt. Ja gut, der war okay. Er hat jetzt nicht viel gehabt. Beziehungsweise, also das war jetzt... Also er hatte zum Schluss nicht mehr viel gehabt. So rum. Aber der Bosskampf war jetzt... Er war okay. Er war okay. So, wir packen wieder was hier rein. Und wir packen was hier rein. So, okay. Wir packen noch mal was hier rein. Und wir packen noch mal was da rein. Warum nicht? So, Konstitution. Zwei. Äh. Warte mal kurz. Ich muss noch mal gerade gucken. Ähm. Trefferchance für die Waffe. Nelligkeit. Bewegung. Ich würde noch mal was auf Ress machen. Oh. Oh. Okay. Oh, 104 Stärke. Nice. 8100 HP. Nicht schlecht. Hast du nicht mehr gesprochen können. So, okay. Alles verteilt. Uh. Stärke-Statuette. Insti-Statuette. Und Konsti-Statuette. Ein Objekt wegwerfen. Kann ich denn wegwerfen? Äh. Jetzt muss ich gucken. Was schmeißen wir denn weg? Was schmeißen wir denn weg? Hm. Hm. Kleinen Heiltrank würde ich behalten. Käse. Okay. So. Gut. Ähm. Heilen müssen wir uns nicht, ne? Wir hatten ja... Nö. Wir hatten ja das Vergnügen erst, äh... Wieder aufgeheilt zu werden. Mit jedem Level-Up wird man geheilt. Sehr schön. Ob da jetzt noch mehr von den Dingern kommt? Von den Tentakeln? Weiß es nicht. Ich würde doch niemals eine brennende... Einem brennenden Gebäude hochklettern, oder? Meine Güte, lass die Bude abfackeln. Hm. Ja, von mir aus. Mich fragt ja wieder keiner, ne? Hä? Nochmal Tentakel, oder was? Oh. Okay. Spannend. Tentakel und Tentakel-Mann. Hm, okay. Sieht interessant aus. Au. Also die eben hatten schon relativ viel HP gehabt, ne? Die geben ja fast von... 10.000 oder so aus. Oh, schon wieder nachladen. Ich hab doch eben was nachgeladen, Mann. Ah, na gut. So, komm, angreifen. Ah. So, den kann ich auch direkt angreifen, weil der steht nämlich zwei weit weg. Perfekt. 899 Damage-Stories ist etwas. So, warten. Feuer hat ja nicht viel gebracht bei den Dingern. Delka? Ja, okay. Mach ruhig. Ich probier gleich nochmal einen normalen Magie-Eingriff. Vielleicht hilft der was. Weiß es halt nicht. Ach, schade. Ich dachte, die bleiben nebeneinander stehen. Äh, lass mal... Reflexion. Ich mach mal Reflexion auf ihn. Ich weiß nicht, was das bringt gerade. Willst du mal wissen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Sollte man es vielleicht nie unbedingt beim Bosskampf ausprobieren? Aber er reflektiert jetzt. Wahrscheinlich Schaden, ne? Schaden, den er bekommt? Wäre ja cool. Ja, toll. Greif halt Edward an, du Penner. Äh. Okay. Na gut. Bewegt er sich nochmal? Ja, natürlich. Daneben. So, angreifen. Den kann ich angreifen. Sehr schön. Satt gesessen. Warten. Lassen wir ihn wieder angreifen, ey. Edward ist auch mal irgendwann dran, ja? Ja, genau jetzt. Oh, hier. Eat this. Blödes Gehölz. Oh, ne Vergrächheit. Daneben. Die greifen jetzt echt nicht mehr James an. Was ist denn das denn? Hm. Na gut. Äh, auch noch mal den da. So, okay. Den haben wir. So, nochmal angreifen. Mhm. So, achten. Daneben. So. Geh' dir alles nix. Okay, angreifen. Tod? Nein. Geh' mal hier hin. Falls ihr euch gerade fragt, was hier gerade so rumjault. Es ist der Scheißkater, der hier gerade rumnervt. Loki, Ruhe jetzt. Kommt hier auch mal rein ins Zimmer und jault auch mal die Bude voll. Blödes Vieh. So, ich muss mich zurückbewegen. Ich steh' zu nah dran. Mich hier hin bewegen. Hä? Wieder nicht angreifen? Warum kann ich den nicht angreifen? Steh' ich nicht. Ja, okay. Komm halt her. Von mir aus. Hm. So, du machst jetzt einen Schritt nach hinten. Und dann kannst du ihn wieder angreifen. So. Okay. Mal 1006 Damage. Und du gehst da hin. Und ballerst nochmal drauf. Oh, zweimal getroffen. Sehr schön. 2000 HP abgezogen. Aber das Viech ist immer noch nicht platt. Schade. Aber das Reflektieren von James ist, glaube ich, auch wieder weg, ne? Ich glaube, das hat er nicht mehr. Ja. Ah, nachladen. Einen Moment. Ich muss mal gerade... Der Kader stirbt gerade. Einen Moment. Bin sofort wieder da. Mitten im Kampf. Natürlich geht er nicht raus, ne? Meinen, der muss nämlich über die Katzen ärgern. So, nochmal angreifen. Der bewegt sich jetzt ganz hinten auf der letzten Lane. Da hat er wahrscheinlich nicht mehr viel HP. Juck, der ist ja down. Wunderbar. Gut. Wieder ein Boss weniger. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt auf jede Etage einer kommt. Kann das sein? Das wäre ja spannend. Aber bestimmt wird ein Level ab, oder? Natürlich. So, hauen wir mal was rein hier. Und da rein. So, okay. Gut. Ich kann wieder nichts mitnehmen von dem Zeug, ne? Teles, Feuerlumpen, Allheilmittel. Ich habe sowas nie benutzt, ne? Tja, jetzt müsste man wissen, was man wegschmeißen kann. Ich habe keine Ahnung. Gegengift, Maske. Gegengift, schmeißen wir eins weg. Hat gereicht? Okay. Gegengift, eins wegschmeißen, hat offensichtlich gereicht. Ich gucke mal gerade, was diese Items sind, die wir da bekommen haben. Ich habe nämlich keinen Plan. Ja, Tuetten. Ein Abbild von Herkules steigert die Konstitution seines Besitzers. Aha. Also die steigern alle die Werte offensichtlich. Aha. Elixier, was macht denn das? Macht denn das Elixier? Eine kleine Glasflasche mit einer mysteriösen Grünflüssigkeit stellt GP und MP vollständig wieder her. Okay. Na gut. Pistolenmunition. Ich lade nochmal nach. Oh, ich habe nur noch eine Kugel. Okay, wir müssen dann auf jeden Fall nach dem nächsten Kampf... Alter, willst du mich verarschen? Ich habe mich einen Schritt... Nicht mal einen Schritt gemacht. Ich habe nur das Menü zugemacht. Okay, ich meine ein neuer Gegnertyp. Aber trotzdem, ich habe mich nicht mal bewegt. Was ist das denn eigentlich? Eine Ausgeburt der Hölle. Man weiß es nicht. Na ja. Bewegung. Angreifen. Den Gartenmann. Sehr schön. Das hat gesessen. So, James. Wunderbar, ist noch dran. Ach Mist, daneben. Das Viech muss man wieder irgendwie anders beseitigen. Nicht mit der Waffe, die er gerade hat, offensichtlich. Aber... Hm. Das ist aber nett, dass du zu mir kommst. Ausordentlich nett. Okay. Bringt alles immer nix. Der macht natürlich schon ein bisschen mehr Damage, der Gartenhaini. Der nicht. So, angreifen. Hier, dieses komische Viech mal. Wie? Fangen wie ein Schwein. Also nochmal angreifen, bitte. Bringt jetzt was? Okay, die Waffe bringt bei dem Viech nix. Ah, müsste ich die Waffe wechseln. Ah. Das will... Heiß ich gar nicht. Das fühlt sich so lächerlich. So, komm, machen wir den Garten mal ein Blatt. Noch nicht tot? Schade. Aber dafür wird er aufgeheilt, ne? Das ist so geil. Oh Mann, diese Knarre, ey. Also das ist schwer. Das ist schon ein Hammer. Wäre natürlich wahrscheinlich für einen Bosskampf ganz gut. Oh, ich meine, wir haben es ja auch beim Bosskampf. Wer weiß, wie lange es noch hält. Wer weiß, wer weiß. So, warten. Ich muss auf jeden Fall die Waffe wechseln. So, ich habe jetzt gerade das... Immer das Erdglaive. Weiß nicht, ob das besser ist. Da hatte ich das Erdglaive gerade. Ich weiß nicht. Sieht genauso aus, das Ding. Und noch eins. Au. So, mal kochen. Vielleicht ist es eine andere Wache. Ich weiß nicht. Sieht aber genauso aus. Oh, 2800 Damage. Nice. Das ist natürlich nicht schlecht. Und er ist vergiftet. Alle auf Edward. Alle auf Edward drauf. Der arme Kerl. Komm, mach mal hier den Gärtner jetzt weg. Yes. Sind wir noch nicht tot? Oh, wie viel Damage hat denn der jetzt schon abbekommen? Hallo? Geh schon mal kaputt? Das Vieh macht keinen Damage. Null. Jetzt bewegt er sich. Nein, bleib doch da. Kann ich nicht mehr angreifen, weil ich keine Muni mehr habe? Glaube. Muss die Waffe weg sein. Okay. Gewehrarmbrust. Ich nehme mal den Revolver. Ich weiß nicht, ob ich damit noch Muni habe. Ich glaube nicht. Kann ich angreifen? Nein, ich muss mich eins weiter bewegen. Ja. So. Okay. Und nochmal. Fieks. Ist er jetzt mal tot? Okay. Der hat sich schlafen gelegt. Wunderbar. Vieh hat sich schlafen gelegt. Und ich muss offensichtlich nachladen. So. Okay. Warten. Angreifen. So, jetzt müsst ihr aber den Gartenmann kaputt machen, bitte. Immer noch nicht. Wie viel hat denn der? Der hat ordentlich HP, he? So, jetzt endlich mal wieder schießen. Aber mach kein Damage damit. Verdammt nochmal. So, Gartenmann. Gehst du wieder einen Schritt zur Seite? Das wäre sehr lieb von dir. Nein, du sollst einen Schritt gehen. Nicht hauen. Gehen Schritt. Gehen Schritt machen. Den kann ich jetzt auch haben. Hä? Da habe ich nicht so wenig Damage gemacht. Was war das denn? Jetzt. Meine Güte, ey. Die haben aber auch HP, die Typen. Unfassbar. Unfassbar. Na gut. Aber wir haben den platt gekriegt. Und wir haben bestimmt wieder ein Level ab, oder? Das ist auf jeden Fall hier ein guter Spot, um Level zu farmen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Konsti. Auf 90. Wunderbar. So. Ach, er hat noch ein Level ab. Nice. So. Komm, noch voll. Und wir bekommen wieder eine Stärkestatouette. Na gut, weiter geht's.